hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft sky factory die ist unglaublich habe ich schon zehn minuten spiel start und genau jetzt kommt noch die java update verfügbar bericht das ist echte chaos immer das gleiche wenn man minecraft spielt kommt immer zur selben zeit so also wir waren hier noch fleißig am herstellen ich brauche leben genau da war da was der form schon meistbar ein lama ein okay das heißt wir brauchen ein bisschen steine die wir dann nachher dann unseren boden vergrößern können so ähm purples oder wie die heißen hier so zack wir haben sogar noch welche sehe ich jetzt gerade hier wo baue ich denn nachher unser wasser unser carbustrum generator gute brauchen wir nicht die bau also brauchen schon ich meine den müssen wir nicht bauen in dem sinne was wir bauen können wäre am echten wasser so war wenn zwar mal hier so frage ich frage ich mal eine facke also so weit das natürlich jetzt hier sponfläche ist alles wir sind so episch groß für platz braucht da muss man müsse hat was anklicken was nicht zum setzen ist das setzt man die ganze zeit anstatt die steine aus holen so okay zum glück habe ich keine druckplatten gemacht das was ätzend wenn man druckplatten macht weil die kann man nicht brauchen so was ich jetzt hier alles macht nur für einen brunnen unglaublich so so okay noch einiges an stein jetzt bin ich reichen ok und es ist gerade baum gewachsen So, ich glaube, ich fahre mal kurz beide beibe. Jetzt sicher, so, zack, zack, so, ok, Stein, jetzt habe ich jetzt zwölf Steine übrig. Also, ich gehe davon aus, dass eigentlich das hier der letzte Schliff ist, so. Also, das heißt, wir müssen noch eins hochbauen jetzt. Ok, ich glaube, wir bauen noch einen zweiten Ofen. Einen, wo wir die ganze Zeit Steine herstellen. Oh, ich habe schon eine unendliche Quelle. Ähm, ich habe es vergessen, Volley. Oh, ich, Vollhorst. Ok, ich nehme die Steine mit. Na, alles gut. Vielleicht haben Sie sich schon in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, wir haben das schon in den Kommentaren gebaut. Warum ist die Fläche hier breiter? Ja. Und warum? Weil wir es können. Ja. So, voilà. Und ich möchte dem Let's Play mal wirklich auf Lava verzichten. Schauen. So. Also, wir brauchen einen Sand. Ehm, einen Sand. Das heißt, wir brauchen... Hier. Einen Sand. So. Einen Sand. So. So. Ich habe ja auch den Ofen überbauen wollen. Da war ja auch was. Also, den zweiten Ofen. Im Ofen brennen wir, sagen wir, Holz weg. So. 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 Okay. Okay, das hätten wir. Und dann bauen wir hier das Sand zum Glas. Also, bleiben wir. Und dann die Buckets. Füllen wir. Eine mit Wasser. Eine mit Lava. So. Dann nehmen wir das Glas raus. So. Und dann das Kabel-Kanalator-Rezept. So. Bauen wir mal hin. Wir werden ja eh noch umbauen müssen dann. Aber jetzt kann ich schon mal Kabelstorn generieren. Ähm. So. Als nächstes wäre wahrscheinlich bald schon. Wir brauchen noch ein Heavy Sieb. Und da muss es dann. Ähm. kurz schauen. So. So. Wie geht schon. Los. So. Also wir brauchen ein Heavy Sieb. Und da müssen wir dann mit einem Kupfer. Äh. Kupfer. So. 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 Wie heißt es. Wie heißt es. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm. Mit einem Flint Sieb arbeiten. Komm. So. Ja ich bin fl mathematician. Ihr braucht es jetzt. Ähm. Wir brauchen für den Heavy Bal Pam envolätter. Bis ich�� sniper das Holz kultur verliebt. Für den Heavy brauchen wir noch Haus zuzus. So, und dann die Beine, äh, so, zack, so, das hätten wir, dann tun wir so rein, so, da hole ich mir mal kurz die Steine raus, so, wenn wir die bisschen Fläche verlängern, und ich habe halt noch keine Wand, um das bisschen zu automatisieren, was halt immer noch auf altmodische Art und Weise, so, gut, ah, was wir brauchen, Flint, heißt Flint brauchen wir, gut, ich vier, ich bin am besten auch, dass wir, wenn wir hier abbauen, jetzt mal ein Flint auftaucht, verlieren wir aber leider dafür den Block, lässt sich da nicht umgehen, so, okay, glaube ich, es wäre besser, wenn wir bauen eine Schaufel, hatte ich gerade so eine Eingebung, jetzt, so, das könnte vielleicht sowas nicht bringen, okay, das kann ich mit meinem Wein abbauen, und habe die Chance auf, äh, Flint, ja, habe ich es tatsächlich, sehr gut, okay, ein bisschen kurz was essen, so, dann wieder die Axt, gar kein Setzling, das merke ich gerade, gut, ähm, Flint haben wir, also brauche ich Mesh, so, wo ist es jetzt als Formen, nein, wo ist es nicht, okay, also, das heißt, ich glaube, diese rausnehmen, und dann das Flint da verteilen, genau, Flinzip, alles klar, okay, gut, so war jetzt gut, und jetzt war es, glaube ich, so, kommt es da unter, so, jetzt müssen wir schauen, dass wir einen Generator bauen können, so, ein Generator, ich möchte am Anfang mal einen Kohlen Generator bauen, weil, ja, weil er eben halt, muss der vorne ist sein eigentlich, ja, der vorne ist Granator, dafür brauchen wir einen Redstone, okay, Redstone kriegen wir, indem wir im Heavy Sieb das durchlassen, okay, also wir brauchen neun Redstone, wenn ich richtig bin, neun Redstone, okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir jetzt mal sie runterbrechen, zu das, okay, so, da haben wir wieder eine, eine, ein Hammer, das ist echt der Hammer, hä? ah, jetzt ist es da, okay, da habe ich es gar nicht gesehen, dann kam es da, war nicht, war nicht im Menü drin, komischerweise, irgendwie, so, okay, okay, so, Kohle, 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 und hier haben wir Steine, okay, heftig auch mal rein, weil, wir wissen echt, den Platz hier vergrößern, ich möchte ungern, außer sehen, mal, fliegen, weil ich, äh, zu weit laufe, glaube ich kann das einfach unterbinden, indem wir, hier nach einer Mauer ziehen, wollen wir es nicht brauchen, kann man das ganz bisschen länger machen, länger gestalten, so, ja, man kann leider nichts automatisieren, ohne dass wir, ohne dass wir Strom haben, kommen, ja, okay, so, kompakt, jetzt, jetzt, ich muss wahrscheinlich, hier noch, äh, möchte ich wahrscheinlich, hier noch eine, Kiste bauen, aber, kann man hier, äh, die, ganzen Chests bauen, die verbesserten, äh, kann man, okay, Okay, dann werde ich mal eine Kiste bauen kurz. Also nur extra eine einzelne. So. Da können wir natürlich die Sachen, die wir nicht brauchen, mal reinschmeißen. Ähm, aber wo war das Redstone? Moment kurz. Äh, Redstone. Das war schon das Prinzip, oder? Heavy. Das Iron Mesh? Hä? Jetzt habe ich doch letztens gerade noch gespielt gehabt. Und dann ging es durch ein normales Sieb. Heavy Sieb. Okay, Iron, dann müssen wir das Eisen haben. Habe ich jetzt schon Eisen bekommen? Ich habe schon Eisen bekommen, okay. Vier reicht sogar, okay. Ja gut, dann müssen wir wieder Strings haben. Ähm, haben wir noch? Ich weiß nicht, ob wir das andere haben. Komisch. Naja, egal. Dann lasse ich hier kurz ab. Okay. So. Und das hier bereiten wir mal. Vorerst. Bis wir das brauchen wirklich. Vier Eisen, okay. Dann kann der Steinmeiter brennen der Zeit. Echt irgendwie komisch. Ich, 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 ich kapiere ja nicht. Wie ich das verwechseln konnte. Äh. Äh. Jetzt bin ich da auf der Kiste. Dann kam es doch nicht. Unglaublich. Ach. Ich darf dir das nicht schon wieder gepatcht gegeben haben. Ich bin ja gerade wirklich, wieso ich platziereisen sie brauche. ich habe doch ein eisen gehabt habe ich mir gedacht ich vermute es mal die himmel in den ofen erwischt anstatt die steine das war kurz gleich mehrere so habe ich das so also das eisensiebe jetzt schauen wir jetzt so kommen also 9 brauchen wir 9 redstone die man schon mal nicht schlecht aber es reicht noch nicht der macht immer nur 32 carlos already dass ich sie gesehen habe jetzt inzwischen so das war gefährlich ich bin fast runtergefallen wie er sich automatisch wechselt dachte schon dass er automatisch wechselt gut aber nein macht er nicht so so und wie gesagt noch in der letzten so und wie gesagt nicht genug so 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 mal kurz die plattform vergrößern so 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 was so 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 Diesen Generator brauchen wir jetzt noch. So, und das haben wir wieder. Und wir brauchen noch einen als Stone. Da kommt noch einer. Ich glaub's noch nicht, da kam keiner raus. Wie, was für ein Beschissen ist das bitte schön. Zwei mal durchgesiebt und kam keine Zigaretz da raus. Ist auch ein bisschen gedisselt, oder? So, Sand. So, jetzt aber. Das muss aber wirklich reichen jetzt. Ein Restaurant brauchen wir noch. Nur keiner. Ich ziehe noch mal kurz durch jetzt hier. Sehr gut. Spire ich für den Generator jetzt. Generator. Bauen wir noch etliches an Eisen. Ähm. Ich glaub nicht immer reichen das Eisen. Wir jetzt hier haben. Wir brauchen ja zuerst mal diese Platten. Wir brauchen vier Platten. und der Hammer besteht auch aus Eisen. Aus einem String. Okay, das ist gar nicht so ohne, was das Rezept da braucht. Und das nehme ich rein. Das brauchen wir noch. Demnächst. Leaving Rod. Das kann man auch da reinschmeißen. Ähm. Wir brauchen jetzt schon für den Hammer schon so viele Ressouristen. Wir haben zwei Platten bis jetzt. Ähm. So. Ich hab ja noch fünf Baden. Ähm. Wir kriegen am besten Eisen her. Ähm. Iron. Dann, 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 dann. Ähm. Das hier. Das gibt's am besten. Also Happy Sieb aus Sons durchs Eisen. Okay. Dann müssen wir wenigstens nicht so lange durchlassen. Nur einmal verkleinern. Nee, zweimal. Ich erstaun ja, dass sogar für alles zu uns gereicht hat. Was? Wie? Toll, das ist alles weggepackt. Was für ein Beschister. Es war alles weg. Ich hatte nichts mehr. So. Jetzt will kurz schauen. Wir brauchen jetzt noch nichts. Okay. Das war's. Ähm. So. So, dann packen wir kurz ein paar Äpfel wieder, für die Äpfel müssen wir nämlich dann mit abbauen. Okay, so, und jetzt würde ich sagen, habe ich nun das hier, ich habe noch zwei das hier. Ich tu mal kurz das hier leeren, damit ich mal hier ein bisschen Kompass reinhauen kann. Und jetzt beende ich mal die Folge vorerst mal. So, wir machen es dann doch das nächste Mal erst. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und bye-bye. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit deinem Abo verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.